Team Deathbatch Waffenfreigabe, ihr könnt angreifen Nein, alles freundliche Leute hier Wir greifen nicht an, wir setzen uns in der Ecke und warten bis wer vorbeikommt Ja, oder? Machen wir so Du läufst aber zu viel Gut, wir haben schon mal zwei Alter, hast du schon zwei weggeräuchert hier? Ja Ja, den Rücken decken Kommen wir bestimmt wieder Das funktioniert nicht, wir liegen zurück Gut, dass hier auf der Straße so gar nichts rumläuft Was ist denn hier los? Ich glaube, die anderen haben meinen Taktik angewandt Hinhocken und warten Hier ist nix Hier ist nix Hier ist nix Hier ist nix Hier ist auch nix Haben wir überhaupt gegen... Und da hinten ist einer Ab ihn Ab ihn Sehr gut Krieg ich ihn nicht Ach Verdammt 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 Bist du noch da? Jo Ich hab ihn auch nur... Hast du ihn erwischt? Nee, ich hab ihn auch nur angesnackt gehabt Aber ich glaube, der ist weg Nee, der ist da oben noch Der ist noch oben Ist gerade von der gesprungen Kommt bei C Bei C Ich glaube, der ist durchgelaufen Richtung Garage Der ist in der Garage Er ist in der Garage Jo Jetzt hab ich ihn Oh Sehr schön Chance Ich glaube, der ist runtergesprungen Nee, der ist noch da Kann doch jetzt nicht dein Ernst sein Aber hier bei mir läuft irgendwas rum Der ist immer noch da Umcrouchen ist er nicht Ohhhh Wir verlieren den Vorteil Guck Feindliche Spionage Flugzeug im Anflug Die Map ist einfach... Halt... Die Map ist einfach zu groß dafür Oh, hier ist noch einer Hab ihn Ich bin Sorry, ich hab zwei weggemacht Du musst erst in ein Alles Alles gut Feindliches Geschütz im Einsatzgebiet entdeckt Wenn da euch kommt einer Zwei 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 sind da am Strand War zu doof Am Strand? einen habe ich ein als mitte gegangen da habe ich ein war hinten am stadt jawohl und dann holt er noch sein wo am strand ganz hinten ganz hinten am boot und dann kommt auf jeden fall irgendwas da habe ich ihnen gar nicht vermutet gerade runter wir verlieren den vorteil ich weiß nicht wo er ist alter was kommt er denn da rein geschlichen mit seinem scheiß der ist immer noch auf der hütte bei a ouch jetzt habe ich von hinten bei a sind sie drinnen im gebäude oben drauf ist noch einer den hast du den habe ich ja hinter mir kommt was hier ist was lagebericht feindlicher kampfhubschrauber über euch ne auf kampfhubschrauber kein bock am boot auf dem strand von hinten und irgendeiner ist hier ins wasser gesprungen ein das ist